das gleich schon fertig ich bin voll falls also rüben düngen macht auf jeden fall sinn passt in der hofen dann noch ja in der scheune wird voll okay dann machst du folgendes und zwar die nächste ladung die du jetzt machst die verkaufen wir und zwar ich gucke gerade mal rüben wo sind denn rüben hier da fährst du dann zur goldcrest pacific grain sind die namen von der normalen ich gucke mal gerade wo das guck mal wo das ist gold pacific das ganze oben im norden die mühle nördlich von feld 20 und bringst du da einfach gleich mal eine volle ladung hin weil wir haben nämlich kein geld ich gebe nur geld aus aber wir nehmen keins ein werden du könntest hier schon wieder den miststreuer ein bisschen füllen und gleich herkommen und auch auch da schon weiter machen ich wollte den krautschläger schon mal zurückbringen so ach so ja genau ja oder nachher zusammen egal ja 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 gute idee hallo ich habe eine idee ja wir können doch geld also ihr könnt doch geld sparen und dann den casimir hier holen da haben wir jetzt einen großen starken taktor ja auf der kleinen mini alten stein ja das kann ich mir überlegen dann lassen wir den bei der coldbou parkfarm sein und du kriegst hier vielleicht einen kleinen casimir dann kannst du gerne samstags mal herkommen hier ein bisschen rumfahren während wir arbeiten okay war nur außerhalb vom hof für den hof ist ja schon wieder zu groß ja eben da kommst du mir nie rum einmal abtanken bitte das ding fährt eine bahn und ist fast voll ja jetzt bin ich schon wieder wahnsinn also leute rüben düngen macht auf jeden fall sind da will ich mal in ruhe abtanken lassen dann muss ich schon wieder direkt weiter arbeiten so dann lass uns mal die trecker tauschen meinst du mich weil er hat ja den trecker mit dem frontlader stimmt brauchst du ja sonst kriegst du kein mist der miststreuer steht direkt bei den schweinen damit du da eben direkt bisschen was umkrempeln kannst so ich fahre mehr kreise als bahn aber hauptsache die rüben kommen raus so vitali ist gerade schon oben bei der mühle die sieht auch voll cool aus also das ist das komplett neu das gab es letztes mal noch nicht da aus versehen die saatmaschine hochgestimmt also noch mal ach ja so besonders viel hat das leider nicht gebracht das macht mir jetzt ein bisschen angst weil wir nicht nur geld haben vielleicht sollten wir dann mal gucken wie die kurse so sind und das was am höchsten ist das kommt auch nicht hin weil wenn die zeit vorlaufen lässt dann ändern sich wieder die preise verdammt wir haben auch nichts im silo großartig also da 5000 liter brauchst du nicht anfangen zu verkaufen das können wir wirklich als als schweinerücklage nehmen aber alles was wir jetzt ernten können wir einfach erstmal einmal eine runde verkaufen ich habe ein bisschen im silo jetzt noch drin für die tiere muss auch alles mal danach gebessert werden wir können jetzt silage machen silage und heu haben wir auch schon angefangen zu produzieren ja vielleicht heu auffüllen und kraftfutter herstellen ach mal gucken so weiter geht's womit haben wir auf der kolbauer parkfarm direkt kuhfutter hergestellt kraftfutter war das die raffinerie ja das war glaube ich die raps raffinerie die raffinerie macht kuhfutter und soja macht schweine fütter ah ok ja für schweine haben wir jetzt alles könnten hier vielleicht eine rapsraffinerie drauf machen aber wo willst du es denn bitte hin platzieren ja das stimmt auf feld 22 ist nix das hat sich so ein bisschen komisch jetzt durch das update das ist eine relativ gerade strecke das müsste ich mal ausprobieren ob das geht weil die fand ich eigentlich ganz interessant weil die kannst du einfach laufen lassen und gibt auch wieder gärreste zum düngen müssen wir mal gucken neben feld 8 ist da auch viel platz wo ist denn ja da ist eine wiese ne ja ob das von der schräge her passt ja das probiere ich mal aus weil die raffinerie ist ja hier eh auf dem server installiert ich habe sie jetzt für den stream halt nur deaktiviert kann man ja trotzdem nutzen aber beim nächsten mal komme ich wieder mit lenkrad ohne ist doof ja würde mich freuen ich weiß nicht ob ich samstag schaffe eventuell nee ich meine jetzt auch überhaupt spiele ich lieber wieder mit lenkrad ja ich auch ja so dann komme ich jetzt mit dem misstreuer ja komm mal her der hat auch eine angenehme arbeitsbreite das ist nicht ganz so groß also da kann man acht meter also vier meter jede seite das ist noch überschaubar ich habe mit dem noch nicht gearbeitet ich probiere das jetzt erst mal aus auch das ausklappen ok wie viel passt bei dir noch rein vitale 4.000 ok oder warum hätte ich was mal kurz schauen bei mir passt noch 4.000 ja dann kriegst du jetzt den rest noch und dann bringst du den noch mal weg ja und den rest bunkern wir noch mal ein jetzt haben wir ein oder zwei Bahnen hier dann und geht ganz gut oder der ist also weil den wir auch verkäupt bei Opaq Farm haben der ist halt riesig mit der raus schrotz hinten Moment ich habe gerade die Bahn verpasst ok das ist nicht gut was ich hier mache aber irgendwie geht es so hoffentlich letzte Bahn ab in die Bücher so hast du eigentlich nicht gedacht ich habe zu spät gebremst ich kenne das so in Spurt Moment ach jetzt hast du mir die letzten Rüben einfach übergebügelt ist egal äh so ja ja schon Gülle drüber ich weiß jetzt nicht mehr wo sie sind kein Problem kein Problem kein Problem so habt ihr Stop and Go Bremsen an ich glaube nicht ne äh wir haben Drive Control drin das ich hier du siehst es an dem grünen Pfeil in der Ecke das ich vorwärts und rückwärts Gang einschalten muss also ich gebe immer nur das Gaspedal so wie in echt auch und drücke nicht das Bremspedal um rückwärts zu fahren so dann bringe ich mal zurück wir sind ich glaube mehr Rüben hatten wir auch nicht ne das waren die beiden Felder bringe ich das mal zurück Vitali du packst das bitte zu den anderen Rüben auf dem Hof ich muss mal kurz weg ich bin gleich wieder da alles klar aus dem Traktor raus bitte bin ich gut super bringen wir schnell das Gerät zurück weil jede Arbeitsstunde und jeder Tag kostet Geld ist nur gemietet so der Krautschläger steht hier schon zurückgeben also die Rückgabe von gemieteten Geräten ist immer irgendwie ein bisschen anstrengend yeah flo 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 so Vielen Dank.